Hallo Leute, es geht weiter mit Mountain Blade with Fire and Sword. Äh, was machen wir? Wir können mal hier reingucken, ob da noch jemand ist, der eine Aufgabe für mich hat. Der ist auch noch da. Vor langer Zeit lieg ich hätte man Stefan Janinski eine beträchtliche Summe Geld. 4000 Thaler. Wo finde ich den denn? Äh, ähm, Festung presst, okay. Wo haben wir es? Da. Vorwärts! In die Festung verlangen und natürlich sofort in die Fürstenhalle. So sehen wir uns also wieder. Ich vergesse nicht, wie wir gemeinsam Minsk fingen. Okay. Nun gut, bringt eurem Fall vor. Überzeugungsversuch. Minus 20 Thaler gespart. Toll. Aber wenigstens kriegen wir dann Geld. Und können auch sofort zurück nach Warschau reiten. Wird ihn bestimmt freuen. Sein Geld will er ja bestimmt ganz schnell zurück. Ja, ja, der Joginski, mein bester Freund hier. Bitteschön. Auf 25 haben wir den jetzt schon hochgebracht. Jetzt kann ich bei den Fürsten gar nicht mehr fragen, ob die was haben, womit ich dem Reich helfen könnte. Also gehe ich einfach mal davon aus, dass das momentan die einzige Quest war diesbezüglich. Wir haben ja jetzt den Opris Zagloba. Was mich mal interessieren würde, wäre, was hat denn der so für Skills? Nicht unbedingt schlecht. Der ist echt nicht so schlecht. Ist ganz okay momentan. Wir können ihn ja aber noch ein bisschen ausrüsten und so. Burg Ahlenstein. Wenn wir schon mal hier sind, mache ich einen auf Belagerung. Und vorwärts. Leitern for the win. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen übertrieben, vielleicht gegen 159 direkt zu ziehen, oder? Mal so ganz nebenbei lieber doch zurückziehen. So, da gucken wir doch mal, ob wir schon neue Truppen haben. Aber davon gehe ich momentan nicht aus, nö. Dann kümmern wir uns um was anderes, nämlich darum, ein bisschen Kohle zu bekommen. Also vorwärts zum nächsten Dorf der Rotröcke und holen. Rotröcke, als ob das Engländer wären. Blündern und niederbrennen. Krakau wird mal wieder belagert. Sollen es ruhig machen. Mir ist das wurscht. Hallo blöder Schwede. So, das nehmen wir alles mit. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Oh, jetzt bin ich voll. Ja, ich konnte ja fast alles mitnehmen. Schön vorsichtig sein. Oh, das war knapp. Wir reiten auch sofort zurück nach Warschau. Da können wir den ganzen Schlutz verkaufen. Am besten beim Rüstungshändler. Der hat momentan viel Geld. Äh, das weg. Rohseide. Mehl, Mehl. Das ist Salz. Weg, 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 weg. Weg. Töpfer, Waren, Mehl, Zeug, das verderben kann. Okay. Okay. Schon haben wir 4000 Münzen mehr. Stadtzentrum Befehlshaber, Garnitions Befehlshaber. Noch keine neuen Schwertkämpfer für meinen Trupp. Dam, da, 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 was jetzt auch ganz spannend wäre. Ehrenwertung, Charakter ansehen, 94. Ne, gut, ich dachte, vielleicht kriegen wir durch Quests auch ein bisschen ansehen. Aber, dem war nicht unbedingt so. Wir reiten mal hier durch Feindesland. Gucken, was hier vor sich geht. Dass die auch alles immer so stark besetzen müssen. Äh, acht Soldaten. Wo ist denn der Typ? Ach, der ist sowieso in der Richtung. Hä, bist du blöd? Ich wäre doch gekommen, du Arsch. 77 Mann nur. Dann wollen wir mal. Sprengstoff wird nichts bringen. Überschätzt. Dann Leitern bauen. Ich bin nochmal weg. Oh, der Uprist ist aufgestiegen. Aber darum kümmere ich mich jetzt nicht. Ich kümmere mich um die Belagerung. Hm, 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 hm. 17 Stunden lang. Müssen wir warten. Das sollte gar nicht mehr so lange dauern. Und Soldaten in den Angriff führen. Los geht's. Holen wir uns die Stadt zurück. Oh ja, doch. Meine Reiter haben auch Nahkampfwaffen. Ah, ich denke, im Nahkampf sind die Schwertkämpfer trotzdem besser. Wo haben wir die denn überhaupt? Meine Schott, nach hinten rennt einer. Kommt schon, das sind weniger als wir. Holt euch die Kerle. Da, da, da. Schön feuern. Zack. Ich hoffe, ich habe was getroffen. Ja, getroffen, aber vom Feinsten. Wieder was getroffen. Oh. Na, das war ein bisschen hoch. Gehen wir mal einen Schritt näher ran. Das war ein bisschen tief. Ja, das war wieder nichts. War das was? Das war was, hä? Auf jeden Fall ist er weg. Das war nicht gut. Ja, das war auch nicht getroffen. Ihr müsst da oben durch, ne? Das wisst ihr. Ja, die brechen auch schon durch. Wie schaut's denn aus? Was? Wir haben nur einen Toten, keine Verwundeten und 75 Gegner getötet. Zwei stehen noch. Ich liebe meine Truppe. Ne, aber jetzt mal ernsthaft. Das ist doch, das ist doch echt mal ein geniales Resultat hier bei einer Belagerung. Äh. Das wäre ja was, wenn ich die Stadt bekomme. Ich erinnere da immer mal gerne an alte Rivalitäten. Da, 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 das habe ich echt gut gemacht. Ich habe nur einen einzigen dreckigen kleinen Soldaten verloren. Die Wachen grüßen, ab in die Festung, Stadtzentrum, Befehlshaber, her mit den Schwertkämpfern. Ich hole mir noch eine Portion Schützen mit dazu. Weil wenn ich jetzt schon ein bisschen auf Belagerung gehe, da sollte ich mir auch noch ein paar Schützen holen. Äh. Ich war hoher erfreut von eurer tapferen Taten bei der Eroberung von Polotzk. Als Entschädigung. Okay, also ich kriege es nicht, aber ich bekomme Kohle. Was soll ich auch mit der Stadt? Ich habe die ja eh nicht gewollt. Die Stadt kann mich mal am Arsch lecken. Die haben mir das Geld aus der Tasche gezogen. Schweine. Können wir wen befördern? Einige. Hier die Schotten. Dem Musketier. Geflügelter Hussar. Und natürlich meinen Obrist. Stärke. Waffenmeister. Keine Zeit zum Palaven. Lass mich in Ruhe, ey. Okay, da sehen wir uns doch direkt mal weiter um. Bei Minsk zum Beispiel. Oh, das ist ein bisschen zu stark bewacht. Trupp reißt. Die sind alle ziemlich gut bemannt hier. Ich weiß ja nicht, ob ich mich sowas trauen soll zu belagern. Burg Lotz schon seit Ewigkeiten im Feindesand. Burg Ahlenstein war auch immer nicht ohne. Obwohl es geht. Mit 159 sind die noch relativ klein eigentlich. 85 Gefangene. 85 Gefangene. Da muss was gewagt werden. Ob das eine gute Idee ist, wird sich noch herausstellen. Ich mach mir jetzt hier einen Namen bei dem polnischen Reich als der, der die Lehen ranholt. Und vorwärts, vorwärts. Da wurde was getroffen. Wie könnt ihr es wagen, euch treffen zu lassen? Wer sich treffen lässt, ist ein Verräter. Merkt euch meine Worte. Dam, 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 dam. Nett, dich zu treffen. Ach, ich hab den gar nicht getroffen. Hey, wer war das? Der ist von der Leiter gefallen. Ich hab's gewusst. Vorwärts. Ach, ihr gehört schon zu uns. Nehmt die Stadt ein. Boah, 15 Tote hat mich der Angriff gefordert. Hey, lasst mir auch noch ein bisschen Erfahrung. Und jetzt weiter, 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 weiter. Sind nicht mehr viele. Schaffen wir. Locker. Wird da oben geschossen? Ne, aber von unten kommen ein paar. Da, 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 da. 23 Tote in meinem Trupp. Aber gut, das war abzusehen. Wo wird denn überhaupt gekämpft? Ah! 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 Okay, wir haben gewonnen. Einige Tote, aber wir haben gewonnen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns doch beim nächsten Mal wieder. Macht's gut! Und... ... ... Vielen Dank.